Musik Was läuft, was läuft, willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir einfach Ender James Äh, ja, 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 also, was bin ich für den Kütz? Ich bin Assassin, ich hab keine Ahnung was ich mach Hm, okay, ja, egal Fuck Naja, Jungs, was geht, äh, das letzte Video ist, glaub ich, schon zwei Wochen her oder so Dafür entschuldige ich mich natürlich Ähm, ich wollte das Video tatsächlich schon früher machen, aber, immer meine großen Abers Aber das Ding ist, ich hab schon vorher probiert, ähm, Ender Games aufzunehmen Jetzt nicht heute, sondern, ähm, schon die Tage davor Aber es hat nicht geklappt, dann hab ich mir einfach gedacht, so, komm, weißt du was Anstatt deine Zeit jetzt hier weiter beim, beim Aufnehmen zu verschwenden, äh, stream ich das einfach Da hab ich wenigstens was davon Hat jeder was davon, wisst ihr, was ich mein? Äh, falls ihr gerne Streams guckt, ich hab einen Twitch-Kanal Fuck Ich hab einen Twitch-Kanal, könnt ihr gerne abchecken Äh, 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 Corona Ah, das ist dieses, oh mein Gott Okay, ich versteh schon Er ist unsichtbar Geil Und ich hab nur ein Holzschwert, auch geil Äh, was wollte ich sagen Oh, ich bin an der Border, ist ja auch nochmal hässlich Let's go Einfach mal ein Holzschwert Schmeckt Äh, was wollte ich sagen Äh, übrigens, äh, ich hab ein neues BAC-Cape Das ist ein Ice-Cape Das gibt's momentan nur in den Holidays Das heißt, ähm Nur im Dezember erhältlich Vielleicht noch ein paar Tage im Januar, aber Dann ist auch Schluss, dann wird das nicht mehr zu kaufen sein Also, falls ihr das mögt Ist mit Schnee animiert Könnt ihr euch gönnen Ich hab extra meinen HD-Skin dazu gerecolort Damit das zum Cape passt Äh, ja Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen Wenn ihr Bock habt, natürlich Ist keine Pflicht Let's go Äh, okay Ist keine Pflicht, natürlich Aber Ähm Ich sehe manche Leute, die sammeln meine Capes quasi So richtig Oh nein, ich hab keine Oh mein Gott Das ist jetzt echt nicht gut Ich hab Ich hab nichts zu essen Ich hab keine Kisten Ah Nein Sieht er mich? Ich weiß es nicht Ich glaub nicht Er sieht mich nicht Oh shit Oder? Ich weiß es nicht Sieht er mich? Oh mein Gott Digga, das ist grad Fuck Ey, wie hab ich das überlebt Oh mein Gott Geil Geil, 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 geil Bockt auf jeden Fall Oh mein Gott Also selbst wenn ich jetzt in der Runde sterbe Das muss ich reinsteigen Das ist einfach Das war Das war geil Das war auf jeden Fall geil Worüber wollte ich noch reden Ich hab momentan Bock Wieder mehr Videos zu machen Und zwar mehr solche Endergames Skywars Und noch Gamemodes Die ihr vielleicht vorschlagen Könntet In den Kommentaren Ähm Nur das Ding ist halt Ich möchte dann auch In den Videos über bestimmte Themen reden Und dann würde es mich interessieren Was euch so interessiert Was würde mich interessieren Was euch interessiert Sprechen Deutsch Ähm Äh Ja Deswegen müsstet ihr mir auf jeden Fall sagen Ähm In den Kommentaren am besten Ihr schreibt was Und ähm Falls jemand irgendwas kommentiert Was euch gefällt Dann Könnt ihr das ja hoch liken Wisst ihr wie ich mein Äh Würde mich auf jeden Fall Freuen Wenn ihr das macht Schreibt mir einfach ein paar Vorschläge Und dann äh Wenn euch was gefällt In den Kommentaren Liked das Also kommentiert vielleicht Jetzt nicht immer dasselbe Sondern wenn ihr seht Jemand hat das gleiche wie Äh Das geschrieben was ihr Schreiben wolltet Dann Oh mein Gott Digga Das ist natürlich jetzt ein bisschen eklig Also gegen meine eigene Rasse zu spielen Ist ja schon ein bisschen Ähm Schlecht Ja Das ist nicht gut Das gefällt mir gar nicht Oh wie schnell kriegt man hier Hunger Ist ja krass Ist ja krass 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 Hab dich Äh ja Ähm Das war eigentlich das Was ich sagen wollte Tatsächlich Ich glaube Doch ihr hört zu uns Ich dachte gerade Egal Egal Ich hör das eh Wahrscheinlich schneiden Irgendwie Bestimmt In der Tür Okay Krass Und stuff Wer ist auch Assassin Was Was Das ist echt anstrengend Das sage ich euch ehrlich Wer hat Wer hat sich das Das geht ausgedacht Hm Hm Wie machen wir das Das ist jetzt natürlich Nicht so cool Äh Ja 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 man Ja man Ja man Ja man Ja man Ja man Let's go Let's go Let's go Und das Dann kann ich halt eigentlich nicht viel machen außer einfach drauf klicken Da ist einer unten Ah es sind beide unten Okay Ich hab keine Ahnung wo er war ne Ich hab absolut keine Ahnung Aber Assassin ist schon Äh Ein echt ehrenloses Kid Was Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen Jungs Wenn ja Dann lasst doch ein Like da Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben Und Natürlich Worauf wartet ihr